Länder tendieren zu Abschiebehaftanstalten Innenminister Seehofer möchte das abgelehnte Asylbewerber Deutschland möglichst schnell verlassen. Da es zu wenige Abschiebehaftplätze gibt, sollen die Ausreisepflichtigen vorübergehend in normalen Gefängnissen untergebracht werden. Doch die meisten Bundesländer lehnen das ab. Nur wenige Landesregierungen können sich eine Umfrage zufolge vorstellen, Abschiebehaftlinge in normalen Gefängnissen unterzubringen. Eine entsprechende Möglichkeit zieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, über den demnächst im Bundestag beraten werden soll. Allerdings wäre das nur erlaubt, wenn die Ausreisepflichtigen von den Strafgefangenen räumlich getrennt untergebracht werden. Eine Umfrage des Mediendienstes Integration hat ergeben, dass 11 von 16 Bundesländern grundsätzlich nicht vorhaben, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Sechs von ihnen melden rechtliche Bedenken an. Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben demnach ohnehin keine Kapazitäten in ihren Haftanstalten. Die Umfrage zeigt allerdings auch, dass die geringe Zahl von verfügbaren Abschiebeplätzen von der Mehrheit der Landesregierungen durchaus als Problem gesehen wird. Neun Länder planen daher Neubauten oder den Ausbau bestehender Einrichtungen. In Glückstadt planen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein eine gemeinsame Abschiebung schafft Einrichtung mit jeweils 20 Plätzen pro Bundesland. Ein Sprecher des Hamburger Senats erklärte jedoch auf Anfrage des Mediendienstes, über deren Ausgestaltung sei noch nicht abschließend entschieden worden. In Hessen soll die Haftplatzkapazität von derzeit 20 auf bis zu 80 Plätze steigen. Bayern plant in Hof eine Abschiebungseinrichtung mit 150 Plätzen. Außerdem entsteht in Passau ein Gefängnisneubau, der nach derzeitigem Stand 450 Haftplätze haben soll. Davon sollen, räumlich getrennt, bis zu 200 Plätze für Abschiebungen genutzt werden können. Bundesweit aktuell rund 490 Abschiebehaftplätze. Bremen will die Zahl seiner Abschiebehaftplätze den Angaben zufolge von 13 auf 16 aufstocken. Die baden-württembergische Landesregierung plant in Pforzheim bis zum Frühjahr 2021 einen Ausbau von 30 auf 80 Plätze. Im nordrhein-westfälischen Bühren sind zwar keine Bauarbeiten geplant. Bedenked durch organisatorische Schicksalte.